Annes? Ja? Du bist dumm. Danke. Ja. Ich sag doch Danke! Danny? Ja? Du bist schlau. Ich mach mich schlau. Ich weiß. Danny, komm, wir heiraten, kriegen Kinder. Hast du eine Schwester? Mhm. Vielleicht? 16, helf mir mal! Komm mal zu mir schnell! Oh mein Gott, ey! Nee! Recht sehen, darf ich Kinder mit dir kriegen? Was? Sag's noch mal! Sag's noch mal! Sag's noch mal! Sag's noch mal! Sag's noch mal einfach! Ja, hi! Darf ich Kinder mit dir kriegen? Nein! Ich heul gleich in die Presse! Entschuldigung! Du bist schlau. Du bist schlau. Bist du noch ein bisschen geblieben? Ah, wie geht's? Nichts! Hey! Hey! Chris! Was ich früher für ein Mensch gewesen wäre. Nicht, worauf ich hatte für Eich bin. Dann muss man eine Chance geben. Wenn ich mich beweisen kann. Das bedeutet, sie wollen für uns lernen! Und dafür wollen sie dann noch noch bezahlt werden! Also, was war das denn? Ach, meine Ohren! Meine Ohren! kreis kurs von online oder beheiratet man fragen ich gerade kostenpart der selbstpartie und kommt mal ich gerade zu dumm bin das zu sagen ähm jungen kurs ähm was ich bin nicht gekommen achte du schreibst dir gerade auf youtube ja wollte ich gerade sagen kommst du eigentlich online du musst gerade noch so machen hallo ach wo freunde was ich gerade gesagt was ich bin von ohne ja auch bis wir warte du kennst sie ich werde mein job verlieren ja mal ja mal letzt online von 2 23 Stunden ich bin ich bin ich bin ich bin eigentlich krank ich bin eigentlich krank hat noch viel aber trotzdem zog ich liebe ich dir verlassen warum ich habe ich habe nicht gesagt ich habe ich habe ein Christ üblich man meiner Lobby ich bin der Lobby drin ein was musst du üben was Christus muss üben oder Ausgaben mal rechnen ich hasse meine rechnung ich habe nur mein plus rechnung ich ja auch nicht lustig dass das erste ich habe gesagt hat war alles die lösung der kommunik ist das muss ich eben fast nicht Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Chris, Önisch! Sag jetzt mal was musst du grad reden! Heißgebrotst! Ich krieg einfach die komische Weise mir dran... Scheiße! Wie geht's? Jo, wie er so viel... Aaaaaaah, er schlacht! Äh... Ehh... ...schlacht! Ehh... ... 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 wie wir die Kammer abgefasst haben er hat er das sehen die Grüße an abpacken und hey Luca in der Welt Mühle Dumpf Achtung Also, Leonie kriegt den 11.4. in Heimler. Sein 11.4. ist jetzt. Ich komme auf den Kalender. 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 Es ist 20. Es ist komisch, ich komme auf den Kalender. Was denn? Was denn? Ich habe gesagt, 11.4. kriegt Leonie, meine Freundin, das Handy. Habe ich gerade nur gesagt. Ich komme auf den Kalender. Ich komme auf den Kalender. Was? Scheiße, ich entschuldige mich im Vorken. Alles klar, wir haben Hull. Was ist jetzt geliebter? Das ist echt schon schön! ja ich hab ich hab nicht gewusst wo er war ich glaube er war über mir dieser ja du weißt was kann oder ich bin du einfach ich könnte mich gleich in die Fresse hauen oder gleich in die Hau wer sind ihre besten Freunde? Kalpanos, Hiki, Pinkie, Pamela, Nina und Kuki, meine sieben Schwestern das ist nicht wichtig das einzige Verbrechen, das sich vermeiden Hi, Mann Was war denn denn wurde los? Wehes ich nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich kann sie verlassen Wer? Was? Wollte ich mal nicht Ich sitze schnell Solo-Kipps, ne? Was? Es gibt jetzt Blitzschnell, es gibt Solo-Duo, Team, Blitzschnell, Team, Blitzschnell, Solo zugeben der Kreatur auf der YouTube-Küche im Alter so auf dem er hat auch und er ist hier Schattenkopf geschützt sagt man er soll ich habe auch ausgaben und griffen soll mitkommen wenn man Max Götter Wenn jetzt kriegst du einen Nackenklatscher. Ich bin einfach ein Jumped, einfach nur ein Jumped. Keine Waffe, gar nicht. Ich war meine damit in die Ayer. Hast gerade verschrieben. Ach, in die Ayer. Oh, okay. Ah, dann ne. Sagt man. Äh. Ich habe quasi da reinhauen, was? Ja, schreibst, Alter. Wegen was? Ich gecheckte ihn. Hör an. 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 was ist das für ein hacker alter steht denn hier was der heck übelt mit einem mit einer mit einem piste schuss bin ich tot mit welchem geäußert mit der bewerber ja aber so normale pistole nicht wenn er hat man ja aber auch dafür sehr viel glück im piste die schützen kommt bist du tot noch nicht ich meine max mit mit er ist ein er sei chris ist ein obdachloser das hast du nicht schon das hat er schon gehört was ist das ist er im sieg ich weiß was er schreibt ne max Ich hab' den großen Faktor, der sich von Lebens auf anderen Däsen Und seit ich aus Umweltschutzgründen nicht mehr mit Ölheize nehmen Ich Donnerschein hier, punkpisch was Ich verbrenne die Code nur damit mein Konto stand Endlich wieder in den Taschenrechner fass Ich hasse den Action Club Ja, eine Crewmanerfrage, warum ich ihre Mütter füge und nicht sage Das lenkt mich von meinen Waffenfläten sich ab Ich schließe den Körper, die Wüste am Danto Vor deinem Haus, der den Seelen, Danto Der Wurst macht die Tour noch mal wieder bei Sonne Guter Gange, deine Spieler, die Gankung Ich bekomme von deinem Chef, war Bänkau Aber wir gebe dich gerade in der Achtung Ey, Max Schreibt man, äh Warte, äh, was hab' ich gesagt Guck, sie ist besser I don't speak in this language, bro Jede Jahre sind vergangen Hat der Time nicht oder 50 mehr Auf einmal ging es richtig schnell Rein in diese Businesswelt Am Anfang ging es los Und Panschleim sind los Mittlerweile hab ich mir endlich meinen Anfall geholt Seit ich eins in den Charts weiß Jedes Gleiches bezahlt Aber ein Kollege kann gut werden, da Theater, ich ziehre Zeit für die Kater Ich schreit in den Wagen Ich war das Zeit, ich erwarten Ich bin frei, ist egal Weil die Breitlinge am Abend Sagen, dass ich leider keinerlei Zeit für das Gescheime Und gelaber dieser vermeintlichen Start-Up Da meinen Typen, die niemals Rap-Fans gewesen sind Von Jack Daniels genebelt Dass wir Best-Friends fürs Leben sind Typen, die früher auf mich die Nase gerümpft hätten Und heute können sie jeden Part von mir mitrücken Ich lasse mich zu fest, dass ich mich rüberkomme Oh mein Gott Max Ja Machen wir ein bisschen Musik aus Ja, was? Äh, warte mal Ich wollte, warte, was wollte ich gerade sagen Äh Warum, mein Name war's, äh, der Killer Spike Warum? Warte, schreib mal Warum, mein Name ist der Killer Spike, ne? Da ist so ein YouTuber Der macht extrem, äh Genau Ob der Max Chris, ey Ich schreib Genau Ob der Max Wirklich 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 Ich hab kein Bock, äh, keine Angst, die Bank ist aus dem Markt, der Scheiße, Max 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 Ja Ja Okay Okay Gut, gut Ich hör Ich hab grad seinen Einzug schon und das ist einfach nur Chris Ich hab 21 Ich hab 21 Ich hab 21, äh Hat Chris grad einfach kalt Nachrichten geschrieben Ich hab drei Ich hab kein Problem Zocken Ähm Solo Duo Oder Team Oder Blitzschnelles Team oder Blitzschnelles Solo sag einfach die zahlen also sagt am kreis team und so was ja es ist schnell so und das ist nur noch hier die schluss die mit drei stil mal zwei 1 ist so was ich bin sollte jetzt 1 okay also bis nächstes team und ich spiele eigentlich nicht öffentlich das war nicht immer aber nachdem das gescheitert damit ein Schuss bis zu noch unter jetzt gerade das ist klar ich habe gesagt du sollst warten da drauf schon wieder kein Wort er hat ich könnte jetzt auch wieder verlassen auf die Stelle ausführlich ich gehe zu anderen dann herrn das heißt es ist als er verhältlich macht was er sehen oder dann bist du auch das gleiche scheiße der marschene gesehen der kurskern oder wann den schweizkern die sich damit sich natürlich der felszahre wie gesagt soll ich mal richtig gut spielen alles klar wer glaubst du es besser in black cops 3 nicht oder max warum ich bin schon jahren black cops 3 und bin aber praktisch als ich habe nicht das so lange wird der spiele trotzdem bin ich mit dessen ich habe doch gerne als ich habe mich auf der feld Wer glaubst du es besser, ich oder Max? Ich habe einen Sniper, in 1. Mit Deck of Stryke. In Deck of Stryke. Hier ist die Hausten. Ich habe einen 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 Hausten. keine A an guck mir also ich hab nicht ein Bruder ich hab also so dagegen zeigen zu der 1 gegen 1 gegen 1 natürlich ihr praktisch 1 und mag es so mal 46 oder so was Level und ich bin praktisch 1 und ich glaube ich hätte mir ich glaube ich bin so bis sich so extrem hoch und sagt so normal Level aber ja manche bis dah bis dah bis dah warum kann ich ja nichts bauen jetzt keine hausbau was alles war er hat mich gekriegt und ich komme jetzt das geraten übung geht der marsch jetzt kommst du ja ich hab eigentlich glücklich auch genausgabe und er hat mich auch krank ja genau ich bin wirklich krank warum wir sagen wir auch zuhause sonst hättest du mich nicht online gesehen weil ich jetzt nicht krank ich muss noch sagen warum sagt so sagte eine freundin von ihm sie ist halt so sie ist eine huhrer sich das sagt so warum vielleicht deine freundin sagt so ja ich habe gesagt so wirst du noch dumm oder was hast du bitte genommen und schwer ich konnte mit ihm nicht machen ja ich muss nur die anscheinend ich meine dass ich kein bock habe ja ja auf hausbung nicht danke ich finde ich perché ja ich kann mich discernible Bistee warum ich kriege bullshit eyy afterlife fuck me fact me track me track kino nie 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 äh äh oh ich glaube ich habe es ja wirklich auf ein Bier ich werde ich jetzt nicht Wenn ich 16 einmal bin, werde ich mir ein Bier austrinken. Das ist da. Ich habe voll Bock mit Bier. Voll Bock. Hi Danny. Hi Mushi. Du hast keinen Bock auf Haustung, oder? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Und das mit einem ST... A, ähm... SZ meine ich Spaß, Digga. So wird doch Spaß geschrieben. Ich meine... Ah... Oh... 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 Chris, du musstest mal einmal meinen Freund hören, wie er ausgezuckt ist bei 1 gegen 1. Oh mein Gott. Okay. Er war einfach einmal weinend, der Opfer. Ja... Er hat gesagt... Die Mutter sagt so... Okay. Ich gebe... Sie gibt wirklich im Hand 1.000 Euro. Ich sagte so... Och, Digga... Och, Digga... Ich will... Ich wollte alles das machen, weißt? Ich wollte eigentlich das Geld nehmen. Weißt so... Er wollte dann PS4-Karten kaufen. Dann wollte ich mir die Dings geben. Die PS4-Karten, die Nummer und sowas. Und ich habe gesagt, nehm man, behalte dich mal. Ich schwöre, behalte dich. Okay. Er hat das für sich behalten. Er hat voll geweint. Aber... Ich war auch... Ich war auch... Ich war natürlich ein bisschen draufschieben. Aber weißt... Warum? Er hat verloren. Und... Ich habe es gesehen. Ich bin eh der beste Sniper in der Kopf da. Ich bin der ganz Beste. Okay. Ich bin von mir der Beste. Aber... Manchmal zerfetze ich immer. Ah, heilige Scheiße. Was ist das für den Scheiß-Hetze? Der hat ihn eh schon. Und der hat noch... ...gegessen. Oh. Digi ist eine Held. Ja, ich dich auch gerade ein bisschen. Mit Ohren. Alter. Ich habe Kopfschmerzen des Todes. Wegen diesen... Kommst du mal rein? Ich habe noch nicht bekommen. Wegen den Engen? Na klar komme ich Ohren. Kommst du rein? Nicht Ohren wollte ich gerade sagen. Ich bin gerade so extrem dumm auf der Rede, ne? Ja. Du sagst doch ja. Ich auch. Oder bist du gerade Offline-Modus? Ich glaube nicht. Naja. Äh... 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 Wollen wir ohne Team? Also wollen wir ohne... Äh... Äh... Mitspieler oder nur alleine? Dann mach du. Wollte ich eigentlich gerade machen. Das kann sich für den Gedanken nehmen. Also... Solange wie es... Noch nicht äh... Blitzschnitt. So lange wie es... Noch nicht äh... Blitzschnitt. Ja. 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 Ja.